Spannende Neuigkeiten für Rentner in ganz Deutschland. Der Bundestag hat gerade grünes Licht für ein wegweisendes Gesetz zur Erhöhung der Renten gegeben, das von Hubertus Heil, dem deutschen Minister für Arbeit und Soziales, vorangetrieben wird. Ab diesem September werden die Renten auf ein neues Niveau steigen, 2200 Euro pro Monat. Aber was bedeutet das für Sie? Wie wird sich diese dramatische Zunahme auf Ihre Finanzen und Ihren Lebensstil auswirken? Lassen Sie uns in die Details eintauchen und untersuchen, wie diese neue Rechnung die Landschaft des Ruhestands in Deutschland verändern wird. Die Entscheidung erfolgte nach ausführlichen Debatten und Diskussionen im Bundestag. Hubertus Heil hat sich für Rentner stark gemacht und auf Reformen gedrängt, die eine komfortablere und sicherere Rente für ältere Menschen in Deutschland sicherstellen. Dieser neue Gesetzentwurf, der nun verabschiedet wurde, stellt eine bedeutende Veränderung im Umgang mit den Renten dar und spiegelt das Engagement der Regierung wider, das Leben derjenigen zu verbessern, die so viel zur Gesellschaft beigetragen haben. Was genau beinhaltet diese neue Rentenerweiterungsrechnung? Ab September werden alle Rentner ihre monatlichen Rentenzahlungen auf 2200 Euro erhöhen. Dies ist ein wesentlicher Schub gegenüber dem bisherigen Niveau und verspricht eine sicherere und komfortablere finanzielle Zukunft für Millionen von Deutschen. Aber welche Faktoren haben zu dieser Entscheidung beigetragen? Wie kam es zu diesem neuen Rentensatz? Für viele Rentner wird diese Erhöhung eine erhebliche Erleichterung bringen und neue Möglichkeiten eröffnen. Stellen Sie sich vor, dass Sie dieses zusätzliche Polster haben, um mehr von den Freuden des Lebens zu genießen, sei es, dass Sie neue Ziele ansteuern, sich Hobbys hingeben oder einfach die Ruhe haben, die mit einem robusteren finanziellen Sicherheitsnetz einhergeht. Aber mit dieser erheblichen Erhöhung stellen sich natürlich einige Fragen. Wie wird diese Steigerung Ihr tägliches Budget beeinflussen? Reicht es aus, die steigenden Kosten und die Inflation zu decken? Da Rentner diese erhöhte Rente erhalten, ist es wichtig zu überlegen, wie Sie dieses zusätzliche Einkommen am besten verwalten können. Die Erhöhung könnte eine bessere Lebensqualität ermöglichen, aber es ist wichtig, effektiv zu planen. Werden Sie dieses zusätzliche Geld verwenden, um für zukünftige Bedürfnisse zu sparen, in neue Möglichkeiten zu investieren oder ihren aktuellen Lebensstil zu verbessern? Wie können Rentner diesen neuen finanziellen Vorteil nutzen? Hubertus Heil hat sich in vorderster Linie für diese Rentenausweitung eingesetzt, getrieben von dem Wunsch, den wachsenden finanziellen Druck auf die Rentner zu bewältigen. Seine Bemühungen haben in diesem neuen Gesetz ihren Höhepunkt gefunden, das die Verpflichtung widerspiegelt, sicherzustellen, dass diejenigen, die ihr Leben lang dazu beigetragen haben, die Unterstützung zu erhalten, die sie verdienen. Doch was hat diese Entscheidung hauptsächlich bewirkt? Wie hat die Regierung diesen erheblichen Anstieg mit anderen finanziellen Überlegungen abgewogen? Die neue Rente von 2200 Euro pro Monat ist nicht nur eine Zahl, sondern ein Versprechen für eine bessere Lebensqualität der Rentner. Für viele bedeutet dies mehr Freiheit, sich an sozialen Aktivitäten zu beteiligen, persönliche Interessen zu verfolgen und die Früchte eines Lebens harter Arbeit zu genießen. Aber ist diese Summe angesichts steigender Lebenshaltungskosten und anderer wirtschaftlicher Herausforderungen ausreichend? Welche langfristigen Auswirkungen hat diese Rentenausweitung sowohl auf die Rentner als auch auf die Wirtschaft insgesamt? Bei der Einführung dieses neuen Rentensatzes ist es wichtig zu prüfen, wie er mit den individuellen finanziellen Zielen und Bedürfnissen in Einklang steht. Einige Rentner finden diese Erhöhung vielleicht bahnbrechend, da sie ihnen einen komfortableren und erfüllenden Ruhestand ermöglicht. Andere müssen ihre finanziellen Pläne vielleicht anpassen, um diesen Schub optimal zu nutzen. Wie werden Sie diese neue Phase angehen? Welche Strategien werden Sie anwenden, um die Vorteile dieser erweiterten Rente zu maximieren? Mit dem neuen Rentensatz ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um Ihre finanziellen Pläne zu überdenken und sicherzustellen, dass Sie das Beste aus dieser Gelegenheit machen. Finanzberater erkennen bereits die Bedeutung der strategischen Planung, um diese Steigerung optimal zu nutzen. Ob durch Investitionen, Einsparungen oder Budgetanpassungen, eine sorgfältige Planung kann Rentnern helfen, das Beste aus ihrer erweiterten Rente zu machen. Deutsche Rentner sind bereits begeistert von der anstehenden Rentenerhöhung. Von der Planung eines Traumurlaubs bis hin zur Investition in persönliche Hobbys eröffnet die neue 2200-Euro-Rente eine Welt voller Möglichkeiten. Aber wie immer ist es wichtig, diese Änderung mit einem klaren Verständnis zu betrachten, wie sie in Ihr gesamtes finanzielles Bild passt. Viele Rentner freuen sich darauf, die positiven Auswirkungen auf ihr Leben zu feiern, wenn der neue Rentensatz eingeführt wird. Gemeinschaftserögnisse, Familientreffen und persönliche Meilensteine sind alle Teil der Aufregung um diesen Wandel. Aber wie wird sich dieser Schub auf die breitere Gemeinschaft und Wirtschaft auswirken? Welche Auswirkungen hat eine so starke Erhöhung der Rentenleistungen? Die Auswirkungen dieser Rentenausweitung werden von Wirtschaftsexperten genau beobachtet. Während die Erhöhung den Rentnern Erleichterung und Freude bringen soll, wirft sie auch Fragen zu den breiteren wirtschaftlichen Auswirkungen auf. Wie wird sich dies auf die Verbraucherausgaben, die Sparquote und das allgemeine Wirtschaftswachstum auswirken? Welche potenziellen Herausforderungen und Chancen ergeben sich aus dieser bedeutenden Veränderung? Hubertus Heils Engagement für die Verbesserung des finanziellen Wohlbefindens von Rentnern ist in diesem wegweisenden Gesetz offensichtlich. Indem die Regierung auf die Bedürfnisse von Senioren eingeht und eine erhebliche Erhöhung der Rentenzahlungen vorsieht, unternimmt sie einen wichtigen Schritt, um für Millionen von Menschen einen sichereren und komfortableren Ruhestand zu gewährleisten. Aber was sind die nächsten Schritte? Wie wird die Umsetzung dieses Gesetzes überwacht und welche Maßnahmen werden ergriffen, um den Erfolg zu gewährleisten? Wenn der September naht und die Rentner beginnen, die Vorteile dieser neuen Rentenrate zu sehen, ist es eine Zeit der Vorfreude und des Optimismus. Die erhöhte Rente in Höhe von 2200 Euro ist ein neues Kapitel im Ruhestand, das mehr finanzielle Stabilität und Chancen bietet. Aber es ist auch eine Zeit, um über die anhaltenden Bedürfnisse und Herausforderungen von Rentnern nachzudenken. Wie wird diese Erhöhung langfristige finanzielle Sorgen lösen? Welche zusätzliche Unterstützung könnte erforderlich sein, um einen erfüllenden Ruhestand für alle zu gewährleisten? Der neue Gesetzentwurf zur Erhöhung der Rentenleistungen ist ein wichtiger Meilenstein in den laufenden Bemühungen, das Leben von Rentnern zu verbessern. Da Deutschland diesen Wandel annimmt, freuen sich die Rentner auf eine bessere und sicherere Zukunft. Von einer verbesserten finanziellen Stabilität bis hin zur Freiheit, neue Erfahrungen zu machen, stellt dieser Schub einen positiven Schritt nach vorn dar. Doch während wir diese Leistung feiern, sollten wir auch darüber nachdenken, wie wir die Rentner in den kommenden Jahren weiterhin unterstützen und fördern können. Die Verabschiedung des Rentenerweiterungsgesetzes von Hubertus Heil ist in der Tat ein bedeutender Anlass. Für viele ist es ein Grund zum Feiern und freuen sich auf einen komfortableren und angenehmeren Ruhestand. Teilen Sie uns Ihre Gedanken in den folgenden Kommentaren mit. Wie planen Sie, das Beste aus dieser erweiterten Rente zu machen? Welche Änderungen freuen Sie sich? Vergessen Sie nicht, zu mögen, zu teilen und für weitere Updates über Finanznachrichten und pensionskassenbezogene Themen zu abonnieren. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie dran für weitere Updates zu wichtigen Finanz- und Ruhestandsnachrichten. Vielen Dank für's Zuschauen.